Ich fand es nicht mehr schlecht, wievon ich will, und das als Minister. Und dann hörte ich einfach immer an der Hand, dass ich da bleiben will, bis ich selbst entscheidete, wen ich gehe. Ich habe nicht mehr einmal an den Verhältnissen gewonnen, um den Kommissionspräsidenten zu gehen. Ich weiß, dass die Gifterinnen leiden, wenn ich nicht immer zuletzt. Nicht für Ehrheit zu zeigen. Ich meine, wirklich, dass es für Lüttelbücher nicht, sondern dass sie wieder von der Dörf nicht aus dem Wand schlugen, aber von der Dörf nicht zu gehen. Ja, wir wollen das nicht tun. Aber gut, wir wollen nur den Verhältnissen.